Hallo Leute ich bin's AfroFlows ich zeige euch heute wie die versteckte Trophäe der Beat bei dem ich immer muss bekommen könnt also das versteckte Lied in Shaolin Shuffle in dem neuen DLC in der neuen Map und dafür braucht ihr sechs Radios die ihr finden müsst und ich zeige euch heute 17 Plätze wo ihr die Radios finden könnt die erste Location ist direkt hier neben dieser Tonne die zweite Location ist wenn wir bei Taffana hochlaufen hier in diesem Tunnel direkt neben diesem Holzbalken für die dritte Location laufen wir hier hoch in das Inferno hier in dieser Mülltonne wird ein Radio sein für die vierte Location gehen wir hier die Treppe hoch gehen aufs Dach hoch und auf dem Dach neben diesem Haus neben diesen Blöcken wird auch ein Radio respawnen die nächste Location werden wir hier hinter dem Haus sein uns hinlegen und hier wird die nächste für die nächste Location gehen wir hier wieder ins Inferno gehen in die Garten Location hier unter diesem Tisch ist die nächste Location für die nächste gehen wir hier hoch die Treppen hoch bei dieser Mülltonne hinter dieser Mülltonne wird ein Radio auftauchen für die nächste gehen wir hier weiter neben der Statue hier hinten in dieser Mülltonne wird auch ein Radio sein für die nächste Location gehen wir hier hin bei der RP Evo hier auf diesem Stromkasten ETC wird auch ein Radio erscheinen für die nächste Location für die nächste Location gehen wir wieder zu einer Mülltonne hier wird auch ein Radio spawnen dann für die nächste Location gehen wir hier runter bleiben hier drauf auf diesem Brett wird auch ein Radio spawnen dann gehen wir hier in diese Bar rein auf der Bühne hinter dem hinter der Box wird auch ein Radio spawnen dann für die nächste Location gehen wir hier in den Hinterraum und dort wird auch ein Radio spawnen dann gehen wir aus der Bar raus direkt hier bei der Holzpalette wird auch ein Radio spawnen dann gehen wir hier hoch hier in diesem Reifen wird auch ein Radio spawnen dann gehen wir hier hoch hier in diesem Reifen wird auch ein Radio spawnen und dann zur letzten siebzehnten Location hier hinter dem Holz wird auch ein Radio spawnen und dann bekommt ihr eure Trophäe die versteckte Trophäe ich hoffe euch hat es gefallen dann 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 ich dann ann